Wir sind hier bei Stark & Höcker, der Werkstatt unserer Wahl, wenn es darum geht, unseren Rettungswagen wieder fit zu machen. Stark & Höcker hat sich engagiert bei uns in unserem Projekt, um das Auto auf den neuesten Stand zu bringen, um es verkehrstüchtig zu machen, um es einsatzbereit zu machen. Mein Dank ist natürlich Herrn Höcker, herzlichen Dank dafür, dass Sie unser Partner sind, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns und unser Projekt digital engagiert unterstützen. Und auch das ist eine Form des Ehrenamt-Zerbergab. Wir freuen uns, dass wir ausgewählt wurden, diese ehrenvolle Leistung zu erbringen und dieses Ehrenamt auszuüben. Herzlichen Dank und weiter geht's mit digital engagiert.